Filmen BOW WATCH Kameras öffentliche und frei zugängliche Bereiche? BOW WATCH Videoüberwachungssysteme werden eingesetzt, um Privatgelände gegen unbefugte Personen zu sichern, die sich unerlaubt Zutritt verschaffen wollen. Es findet keine Überwachung, Ton- oder Videoaufzeichnung öffentlicher Räume statt. Die Kamerablickwinkel sind so ausgerichtet, dass öffentliche Bereiche nicht erfasst werden. Dort, wo die Videosysteme den öffentlichen Raum aufgrund einer alternativlosen Kameraausrichtung dennoch im Blickwinkel haben, wird der erfasste Bereich per Maskingverfahren vollständig geschwärzt.